Tor-Karte Einsatz! Ab geht's Drago! Bakugan Kampf! Bakugan Stunt! Los Pyros Helix Drago Neut! Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Wizard 101! Ja. Maul. Schulleiter Ambrose reden. Vielleicht weiß er ja weiter. So, jetzt müssen wir mit Ambroses reden. Ambrose. Ja. Ich hab mit Absicht das Intro übersprungen. Nur für die Leute, die's noch wissen... noch nicht wissen. Okay. Schon ihre Eltern waren hier Schüler vor langer Zeit. Ja. Wir haben sie in guter Erinnerung behalten. Sie haben meine Unterlagen geblieben? Hallo! Sag ich, würdest du gegen die verschiedenen Untoten... Ja, mach ich. Und mir dann berichten? Hier sind die Fragebögen. Bitte füll sie nach dem Kämpfen aus. Danke! Also wir kriegen auch hier keine großen Belohnungen oder so. Deswegen ich das mache, aber... Nein! Und deswegen hab ich den unten nicht markiert. Wegen was anderes. So... Ja. Ihr seht schon, wie voll gespammt hier der Chat ist. Will ich mal schließen. Champion des Golem-Turms? Äh... Die Typen hasse ich. Mh... Na, also ich hasse jetzt keine Leute, die den Titel Champion des Golem-Turms haben. Also nicht, dass ihr jetzt das Falsches denkt oder so. Nein! Also Leute, diese... Einfach mit so einem hohen Level... Wollen wir mal herkommen. Ziel erreicht. Besiege verlorene Seele. Besiege Skelett-Pirat. Gut. Dann machen wir das mal. Okay. Wie lang? Ja, okay. Okay. Ich will eigentlich nur hier die ganze Zeit den Timer sehen. Hier. Kämpfen. Danke. Eine Donne-Stange haben wir schon bekommen. So. Ziel erreicht. Besiege Skelett. Wartet, ich... Äh... Werde... Ähm... Was? Ja, ja, hier. Ja. Sturmgewebte Schuhe werde ich ausrüsten. Ist nämlich besser. So. Siege Vollfutter. Ort Tritonenstraße. Gut. Dann teleporten wir uns mal zur Stadtmitte. Und werden dann noch gleich zum Basar gehen. Ja, wir werden zum Basar gehen. So. Jetzt müssen wir aber in der Gegend eigentlich alle... Ja. Golem Turmsmith. Oh, den hätte ich auch noch gleich mitnehmen können. Egal, so. Ich werde hier in keinen der Läden gehen. Ja, ich spreche auch gleich mit Baldur. So. So. Jetzt... Gehe ich erstmal hier hin. Gucke, ob ich irgendwelche coolen Zauberstäbe finde. Verkaufen so. Entschuldigung. Nein. Nein, Fischlinge. Verkauf ich auch. Geladener Zauberstab. Ja. So. Zauberstäbe verwendbar. Zauberstäbe verwendbar. Nein. Gucke, ob der Zauberstab. Ne. Knüppel der Wolken. Merkontger Zauberstab. Starbthalten Dingle. Starb der Runen. Starb der Wolken. Starb des Friedhofs. Stachethrat Zauberstab. Knüppel der Wolken. Denk des Schnitters. Symmetrische Zauberstab. Nö. Nee. Ah, okay. Ist das so ein Zauberstab? Zum Beispiel das Novizen. Na gut, dann werde ich halt das an unserer Zweitschule nehmen. Stab des Friedhofs. Da gab es dann noch ein. Gekabter Zauberstab. Okay, dann. Stab des Friedhofs. Geht nicht. Oh. Man. Wenn das nicht geht, dann. Dann schau ich mal, was es hier so gibt. Nee. Oh, das sind alle so teuer. Wir haben so wenig Geld. Hab ich da was? Nee. Schade. Also dann müssen wir noch ein bisschen questen, bis wir uns hier geile Zauberstimme kaufen können. So. 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 Dafür brauchen wir, für die Quest brauchen wir das Nebelholz. Ich hab doch Nebelholz. Ich hab doch Nebelholz. Falls du Schatzsucher Finn triffst, so sprich mit ihm. Geh dann zu einem Goldkartenhändler und zu einem Möbelhändler. Ich hab das doch. Würdest mich verarschen. Ich bin für dich sehr dankbar, wenn du das für mich tun könntest. So. Ja. Mach ich für dich bald, Uhr. Wobei, es gab eigentlich gar keine so guten Zauberstimme beim Bazaar. Dann schau ich mal hier, was es hier so gibt. Stab, das ist ne Vizen. Okay, gab's nur den. Es gibt leider... Ah, ja, okay. Der hat auch keine so kleinen Zauberstäbe. Die kleinen Zauberstäbe, die ich suche. Wobei, Tote Schule ist ja gar nicht unsere richtige Zweitschule. Unsere richtige Zweitschule hab ich mir noch nicht ausgesucht. Tote Schule erstmal einfach, weil mit der kann man gut auf die Scheiße hauen. Macht halt nicht so viel Damage, aber heilt halt gut. Auch. So. Die Bibliothek. Ja. Ich handel nur zu gern Goldkarten mit Lüffler. Ach, Maul. Ich hab nicht, ob wir auch ein Bibliotheksaustauschprogramm aufbauen können. So. Gibt leider keine guten Zauberstäbe. Wobei, eigentlich sollte ich nicht so auf Zauberstäbe bieten, sondern eher auf dem Mäntel. Weil, ab Stufe 15 kriegen wir ja dann richtig geil. Und um den zu verstärken, könnten wir dann... Ja, das eigentlich nehmen. Ich schau... Ach ne, neues Kattenspiel erfahren wir zu wenig Geld. Hier, also. Reden. Willkommen in... Oh, das ist großartig. Ich habe Mobiliar aus der ganzen Spirale im Angebot. Wenn noch Importe aus Griselheim dazu kommen, wird es mit Sicherheit gut fürs Geschäft sein. So. Diese Quest ist auch Pflicht, um eine bestimmte andere Quest zu machen. Ne, da kauf ich nicht. Ich kauf bei dem Bazaar-Händler Typen ein. Hier ist schnell zu Baldur. So. Ja, das machen wir beim nächsten Mal. Bis näher zum nächsten Mal. Bei Wizard101. Ciao, Leute. Tschüssi und bla bla.